Zaufuss, Leute! So, das mal was in den Test, was älteres wieder mal, Magic Wipe, ist von Hohenems, das heißt, da hat man noch Feier-Event, oder nach wie vor Feier-Event, ist schon Hohenems, ne? Aber Ding steht schon, da sehe ich gerade F2, in Klammern halt. Benutzen solltest du es so, du solltest es mit dem Steckerl heben oder was, so wie mir das der Tiroler Büro erklärt hat, ist das ganze Ding zum Ausholen. Scheint so. Ja, ich glaube, in Niederlanden heißt das Knet erlaubt oder so. Ja, das kenne ich auch. Das müsste genau sowas sein, also zum Ausholen ist es mal auf jeden Fall und ziemlich lange auch noch. Ja, so gut ist das Bohnen, oder? So ließ du und zünden, wegen dem Abstand, oder geht es sich so aus? Leicht. Geht, oder? Ja. Da ziehst du ja auch nichts mehr. Gut. Gut. Das war's. Das war's. Das ist aber cool. Das gefällt mir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hab's noch nie gesehen. Nein, ich auch nicht. Cool. Aber das war's schon wieder gewesen. Das Spieletchen mit dem Magic Vibe da. Nicht nett. Aber bis zum nächsten Mal. Und Zellfuß.